Was machen Sie jetzt eigentlich mit diesem relativ guten Abschneiden? In Deutschland, zweitstärkste Partei, mit Ihnen will niemand in Brüssel irgendwie in einer Fraktion zusammenarbeiten. Überall knallen die Türen zu, da steht Frau Meloni davor oder Frau Le Pen, die wollen mit Ihnen nichts zu tun haben. Was fangen Sie jetzt mit diesem Ergebnis an? Nun, Sie wissen ja, wir sind die Partei der Türöffner und von daher werden wir mal sehen mit diesem starken Ergebnis, ob die Türen zubleiben. Also ich bin da sehr zuversichtlich, weil es gibt uns natürlich auch für die anstehenden Verhandlungen der nächsten Tage in Brüssel natürlich Rückenwind. Und ich denke, gerade 16, 17 Abgeordnete, Sie haben es gesagt, die braucht man ja auch im Parlament für Mehrheiten, um die falsche Politik von Frau Ursula von der Leyen zu stoppen oder zurückzuführen. Und von daher bin ich zuversichtlich, dass wir auch Bestandteil einer Fraktion, einer großen Fraktion sein werden. Aber welche soll das sein? Das werden wir die nächsten Tage sehen. Das werden die Abgeordneten natürlich ein Stück weit mitentscheiden. Das werden die Verhandlungen bringen. Ich denke, wir sind immer noch Mitglied der ID-Partei, genauso der ID-Stiftung. Also da ist nun doch links nicht alle letzten Worte gesprochen. Gut, aber da sind Sie rausgeflogen. Die Frage ist ja jetzt, wie Sie da weitermachen. Der Fokus hat neulich geschrieben, die AfD könnte auch bei einem guten Ergebnis auf der Pro-Putin-Reste-Rampe landen mit FPÖ und den Versprengten der Orban-Partei. Das sind dann vielleicht zusammen knapp 30 Abgeordnete von 720. Da können Sie wenig bewegen. Da müssen Sie ja fast Welpenschutz beantragen im Europäischen Parlament. Ja, wissen Sie, jetzt fangen wir an zu spekulieren. Ich habe ja gerade gesagt, wir warten mal die nächsten Tage ab, wie sich das entwickelt. Das Ergebnis heute gibt uns so einen großen Rückenwind, dass auch die europäischen Partner sehen, was in Deutschland passiert, wie die Bevölkerung hier die AfD auf Platz zwei gewählt hat. Also das würde ich erst mal abwarten, bevor wir uns zu diesen Details jetzt äußern wollen. Diese 16 oder 16,5 Prozent, wenn es dabei bleibt, gibt Ihnen das auch Rückenwind für den Parteitag der AfD in drei Wochen in Essen. Da hieß es ja auch immer wieder, wenn ein schlechtes Ergebnis würde mit Ihnen und alles Weidel nach Hause gehen, Björn Höcke würde dann möglicherweise rumoren. Fühlen Sie sich da jetzt sicher, nachdem Höcke ja auch gesagt hat, er will nicht um den Parteisitz kandidieren? Ja, ich denke schon, dass es auch die Wähler insgesamt in Deutschland auch gemerkt und gesehen haben, dass diese Partei mittlerweile mit Kontinuität auch an der Spitze gute Ergebnisse erzielt. Und von daher gibt uns das natürlich immer Rückenwind. Gute Ergebnisse geben immer Rückenwind. Und wir wollen und ich möchte mit Alice Weidel zusammen weiter diese Partei gestalten, weiterführen. Wir wollen auch nächstes Jahr zur Bundestagswahl ein sehr gutes Ergebnis holen. Und ich denke, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, damit, wie gesagt, die 20 Prozent auch wieder Realität werden können. Leiden Sie denn aus diesem Wahlergebnis jetzt auch ab, dass man in Zukunft in der AfD Björn Höcke etwas mehr einhegt? Ich weiß jetzt nicht, in welcher Weise uns Björn Höcke in diesem Wahlkampf geschadet hat. Also er hat ihn genutzt? Wissen Sie, wir sind ein Team, wir sind eine Mannschaft, wir sind eine Partei. Wir haben verschiedene Strömungen in dieser Partei. Jeder hat seine Aufgabe. Björn Höcke hat einen wunderbaren Wahlkampf bislang in Thüringen geleistet. Und er wird auch dort ein super Ergebnis erzielen. Und von daher werden wir auch deutschlandweit gemeinsam einen Wahlkampf machen für Thüringen, für Sachsen, für Brandenburg. Das sind jetzt die Aufgaben, die vor uns stehen. Und ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir, wie gesagt, im Osten auch die Landtagswahlen gewinnen werden. Der Hintergrund meiner Frage war, dass Björn Höcke ja in erster Linie aufziehen, erregt durch Gerichtsverfahren. Schadet das der AfD? Das sind Verfahren, die Björn Höcke führen muss und sollte und will. Das ist seine Aufgabe. Wir als Partei konzentrieren uns auf unser Programm, auf unsere Inhalte. Und das hat sich ja auch in diesem Wahlkampf gezeigt, dass die Wähler Programme und Inhalte gewählt haben. Hier geht es nicht vordergründig um Personen. Das ist für Sie als Medien natürlich immer interessant. Sie kommen immer mit der Höcke-Frage. Die kennen wir mittlerweile alle. Das ist mittlerweile so langweilig für die Wähler geworden. Also von daher, denke ich mal, hat sich das auch mittlerweile abgenutzt. Und der Wähler verfängt das auch nicht mehr. Und deswegen werden wir auch, Herr Geller, die 20 Prozent, die nichts bald schaffen werden. Wir kommen ja mit der Höcke-Frage immer deswegen, weil Höcke ja seit Jahren die Partei auch in Atem hält. Aber gut, wir werden sehen, wie es weitergeht. Tino Chrupalla im Phoenix-Interview. Danke, dass Sie da waren. Sehr gern.